Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Hunter the Reckoning. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe, mit den 8. Level Kanalisation 2 und finde elf skelettartige Überreste und bestatte sie mit der Aktionstaste, um die Geisterwachen zu besänftigen. Ah, okay, diesmal muss ich elf Skelettüberreste finden, um weiterzukommen. Gut. Gib mir mal die Kontrollen. Ah, Ratten, Zombies. Mal schauen, ob ich hier hinten was... Nein. Oh. Oh, mein Geisteszeug will ich ja nicht verbrauchen. So, paar Ratten. So, mal schauen. Okay, hier weiter. Ah, ich muss sowas auch überspringen gleich. So, komm mal her. Oh, Zombie mit Knarre. Da hinten habe ich, glaube ich, ein paar Skelette gesehen oder halt ein Überreste von Skelett. Okay, ach, da oben. Komm mal ja. Ne? Sonst da rüberspringen und nicht runterfallen. Okay, ja, ne, von dort aus funktioniert nicht. Weil die Schrotflinte würde ich schon gerne mitnehmen. Voll. Boah, Zombies mit Knarren. Und Ratten hinter mir, okay. So, noch neun Skelette übrig, okay, ja, guck mal hier, ja, Ratten. Okay. 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 Okay, ich glaube, da war noch ein Skelett. Ja, meine guten Waffen verbrauche ich noch nicht, ja. Weil ich bleibe erstmal bei den Standardpastolen. Es sind ja nur einfache Gegner. Und sobald ein Boss oder so vorbeikommt oder was etwas Heftiges, dann würde ich mal die guten Sachen mal rauspacken. Aber so erstmal. Oh, das ist ja nicht gut drauf. So. Hey, es sind ja nur Zombies. Hahaha. Na, komm mal her. Oh, da ist ja noch einer. Noch einer. Mein Gott. So, mal schauen. Äh... Okay, hier war noch ein Unschuldiger. Na, hier ist noch ein Skelett. Okay, der lässt nun, äh... Äh... Na, äh... Glauben war das nur so, äh, zurück. Aber ist voll. So, was haben wir hier oben? Äh... Okay. Ah, es ist fürs Maschinengewerbe. Okay. Nö, dann bin ich hier mit diesem Raum fertig. Hörfülle habe ich da von 180 Schuss? Okay. Okay. Okay, Kettensäge ist der. Finde ich schon putzig, dass man die auch sogar noch auswählen kann. So. Und weiter geht's durch die Kanäle. Okay, da liegt sogar noch ein Skelett. So. So. So, sieben sind noch übrig. Ah, noch nicht verlebt. Wo sollst du denn sein? So. So, sonst noch was? Okay, Ratten? Äh, viele Ratten. Ah, sie hat mich gebissen. Weg mit dir. Ah, die, äh, ja, spuckt mich voll mit irgendwelchen Gas. Okay, hier oben komme ich nicht hin. Okay, das ist noch ein Skelett. Oh, was bist du für einer? Zombie mit Schrotflinte? Ah, komm mal her. Okay, da hinten liegt noch ein Skelett. Okay, Zombie mit Knarre. Oh, okay. Okay, hier ist eine Sackgasse. Gut. Könnte man so echt schlecht erkennen. Die Lüfe brauche ich nicht. Okay, jetzt habe ich es mit Knarre. Okay, wir sind ja irgendwie kein Ernst in Bedrohung. Okay, da kommt mir ein bisschen Verstärkung. Okay, der Abschnitt versucht echt nur mit Wasser zu kontern halt. Okay. 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 So, mal schauen. Okay, ist hier noch was? Okay. 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 Jetzt sind wir jetzt noch die Ratten dran. Oh, noch ein Unschuldiger gerettet? Den habe ich gar nicht gesehen. Okay, da liegt ein Skelett. So, vier Skelette nur übrig. Okay, noch drei Skelette. Ich hoffe, dass ich gar keinst übersehen habe. Okay, da hatte ich noch eins. So, mit Schrotflinte. Boah, noch einer. So, Heilungsglypfe. Noch zwei Skelette übrig. Boah. Was ist mit euch Leuten nur los? Ach, weißt du was? Äh... Wenn ich schon mal eine Waffenkammer hier habe, nur für mich alleine, dann kann ich auch mal eine Schrotflinte benutzen. So. Okay, dann gehe ich mal durch dieses Gittertor. Oh. So. Also. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, noch mehr Ratten Okay, hier ist nix Geh ich mal weiter Oh, okay Zombies mit Schrot finden Sogar noch hat ich noch Okay Na Was haben wir da? Okay, Gespenster So, da hab ich was So, schnell mal durchlaufen Wow, Zombie mit Flammenwerfer Mal schauen, Flammenwerfer hat Sprit Sprit, okay Okay, Ketzensäge hab ich auch Okay, dafür brauch ich ne Ketzensäge Gut Die teilt sich keine, äh Mach mal schnell Die teilt sich keine Spritanzeige So Okay, ein Skelett ist noch übrig Ach, eins hab ich übersehen Na toll Komm mal nur zurück Wo hab ich das eine übersehen Vor lauter Kämpfen Ne, hier liegt nix Hier liegt auch nix Ein Skelett fehlt mir noch Finde ich nett gemacht Dass man auch ohne Probleme Zurück gehen kann Ne Schau Eine Waffenkammer Ne Den hab ich Den hab ich auch So So, schauen hier Ach, da wo die Waffe ist Okay So Ein Bonusleben erhalten Da wo dieses Sturmgewehr war Okay So Zack Dann mal hier hin Und ich würde sagen Ich bin fertig So Wenn die Angaben Auf den Flugplatz stimmen Fand der Wraith In diesem Vorhof statt Und ich würde mal sagen Das war's dann auch Wieder fürs erstes Nächstes Mal Äh Mach ich dann Dort weiter Wo ich jetzt aufgehört habe Mit dem neunten Level Oder nächstes Mal Kriegt ihr das Neunte Level Äh zu sehen Vorgarten Ansonsten Ich hoffe es hat euch gefallen Das Ganze Und ich wünsche euch Einen schönen Tag noch Bis bald Und tschüss